Erst einmal heute große Premiere bei Brisant mit David Garrett. Der tut nämlich etwas mit unserer Promi-Expertin Susanne Kleen gemeinsam, was er noch nie getan hat. Und es wird dabei sehr privat, ein bisschen schlüpfrig und man braucht zwischenzeitlich mal starke Nerven. Und ja klar, wir reden auch über das neue Album, das ist da und seine neue Liebe, auch über schwere Zeiten. Und jetzt wird's heiß und fettig und lecker. Da ist er. Der ist optimal rausgekommen. Dass David Garrett Fingerspitzengefühl hat, wissen wir. Aber heute präsentiert er erstmals eine ganz neue Seite von sich. Guck mal, wie schön hier die ganzen Dame rauskommt. Das muss man mal hier zeigen. Das sieht doch perfekt aus. Ich bin mal ein Nahtschuss auf die Dame. Er ist leidenschaftlicher Hobbykoch, der sogar die Scampi selbst putzt. Wir machen einen Tomatensalat mit ein bisschen Alcento Balsamico. Dann machen wir noch ein paar Scampi in der Pfanne mit ein bisschen Knoblauch. Ich nenne das eigentlich so Corona-gerechtes Gericht, weil bei so viel Zwiebeln und Knoblauch halten die Leute genug Abstand. Im Grunde genommen hat die Pandemie David erst richtig an die Töpfe gebracht. Während des Lockdowns hatte der Stargeiger zum ersten Mal seit Jahren wirklich Zeit dafür, sich selbst um sein Essen zu kümmern. Neben seinem neuen Hobbyfotografie hat er deshalb auch ratzfatz sein Können am Herd ausgebaut. Hat dir das denn mal irgendjemand beigekocht? Ja, meine Mutter. Echt, ja? Ein bisschen, ja. Und wie alt warst du dann? 29, 30. Ich hab früher nicht gekocht. Als Kind war der Fokus irgendwo ganz woanders bei der Musik. Aber nicht, weil ich mir das jetzt ausgesucht habe, sondern war einfach irgendwie jetzt nicht gefragt, dass ich in der Küche stehe und koche. Mein Bruder hat das schon öfters gemacht, dass er meiner Mutter da unter die Arme gegriffen, aber ich war irgendwie beim, ich erinnere mich irgendwie, ich hab immer nur geübt, wenn gekocht wurde. Spielt dir da auch vielleicht Angst eine Rolle, dass du dich in den Fingerschnippelst und dann eine Weile nicht spüren kannst? Vielleicht, also nicht bei mir. Einmal kurz ins Dinkelmehl, zack, rein. Inzwischen lässt sich David Garrett durch nichts mehr bremsen, auch nicht durch die Panne mit der Pfanne. Die ist nämlich extra für den Dreh geliehen, weil sie besonders groß ist und passt nun aber nicht richtig auf den Induktionsherd, der dadurch immer wieder ausgeht. Das ist die Pfanne, die Pfanne ist zu groß. David Garrett disponiert spontan um und zeigt, man kann zur Not auch eine kleine Kasserole nehmen. Das heißt, muss man ja auch manchmal ein bisschen improvisieren, das ist ja gar nicht schlimm. Ist ja an der Musik auch so. Vor kurzem hat David Garrett sein bereits elftes Album Alive veröffentlicht. Er interpretiert darauf seine absoluten Lieblingslieder völlig neu. Anfang 2022 will er damit auch wieder die großen Hallen füllen. Der Vorverkauf für die Tour beginnt schon am 28. Oktober. Wie sehr setzt dich das unter Druck, immer wieder so ein neues Thema zu finden? Überhaupt gar nicht. Echt? Ich könnte 20 Alben machen. Ach. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Ideen und möchte auch noch viel umsetzen. Ich mache das, was ich gerne machen möchte und das mache ich mit Spaß. Und wenn ich keinen Spaß habe, dann mache ich es nicht. David Garrett ist im September 40 geworden und hat, wie wir alle lernen müssen, Grenzen zu ziehen. Vor einigen Jahren hatte sich Garrett in die falsche Frau verliebt und ist durch sie unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten. Der Grund, warum er sein Privatleben inzwischen extrem schützt. Das hat mich damals sehr geärgert. Wirklich sehr auch verletzt. Und dann habe ich gesagt, hör mal, was muss ich machen, damit diese Privatsphäre wirklich auch wieder da ist. Und dementsprechend habe ich mich in den letzten paar Jahren verhalten. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil ich habe auch das Recht, private Situationen zu erleben, ohne dass die an die Öffentlichkeit geraten. Erst vor wenigen Tagen hat David Garrett nun trotzdem verraten, dass er schon seit mehr als einem Jahr kein Single mehr ist. Allein das ist für ihn ein Riesenschritt. Den Namen seiner Freundin behält er bewusst für sich. Und auch gemeinsame öffentliche Auftritte wird es Stand jetzt nicht geben. Ich hatte mal so die eine oder andere Beziehung, wo das ein richtiges Problem war, dass ich das nicht an die große Glocke gehalten habe. Dass ich das Mädel nicht auf den roten Teppich mitgenommen habe. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ein ganz, ganz schlechtes. Insofern bin ich mir jetzt mit der Beziehung, die ich habe, echt wirklich in einer sehr guten, sicheren Lage. Das freut mich natürlich auch, weil die da überhaupt keinen Wert drauf legt. Ich wollte jetzt in die Promo nicht gehen und sagen, hör mal, ich bin Single. Ich finde, das ist verletzend. Auch wenn man mit jemandem zusammen ist, eine tolle Zeit verbindet, dann kann man auch nicht lügen. Das soll man auch nicht im Leben. Und das wäre irgendwie etwas, womit ich sie, sie hätte nie was gesagt, hätte mich auch nicht darauf angesprochen. Das weiß ich. Aber ich hätte mich nicht gut dabei gefühlt. Und eins wissen wir nun auch. Verhungern wird das Pärchen wohl kaum, wenn alles so gut schmeckt wie David Garrels Garnelen. Es war ganz wunderbar. Damit fühlen wir uns jetzt alle gut. Und wenn Sie Hunger bekommen haben, das Rezept zum Nachkochen gibt es auch. Ich habe mir allerdings sagen lassen, man braucht sehr viel Knoblauch. Also besser nicht zu zweit kochen oder nur zu zweit und nicht küssen oder wie auch immer. Es ist schwierig. Dressant.de, das Rezept.